So, los geht's. Heute zum Vlog 2 oder Hallo zum Vlog 2. Ja, heute ist der zweite Tag und gestern der Vlog lief eigentlich ganz gut. Ich habe mich halbwegs wohl gefühlt, ein bisschen noch komisch vor der Kamera. Heute ist der zweite Tag und für mich war gestern diese Frage, habe ich denn für morgen überhaupt ein Thema? Kann ich morgen überhaupt über irgendwas sprechen, was passiert ist oder was mich bewegt? Ja, wie das dann so ist, man fängt an zu suchen für Themen und guckt einfach viel, viel genauer hin, wo entstehen auch Themen. Und ich habe dann tatsächlich was gefunden, aus dem Gespräch auch wieder heraus. Mein Mann und ich haben nämlich darüber gesprochen, dass er viel, viel mehr rausgeht und aktiv ist draußen und ich mir so lieben, die eher zu Hause ist. Und da es hier ja auf jeden Fall auch um meine Hochsensibilität und Introvertiertheit geht, denke ich mir, das ist genau das richtige Thema. Und vielleicht merkst du das auch bei dir, wenn du selbst introvertiert bist oder hochsensibel, dass du viel mehr Zeit für dich alleine brauchst, auch viel mehr Zeit an ruhigen Orten. Und für mich ist das auf jeden Fall mein Zuhause. Für mich ist das auf jeden Fall so mein Rückzugsort. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel hier im Schlafzimmer bei mir und das ist so für mich richtig meine Oase, wo ich so abtauchen kann und auch meine Meditation zum Beispiel sehr viel mache und mich wirklich entspannen kann und einfach richtig eine Auszeit habe, wenn ich hier sitze. Also ich bin sehr viel dann in der Mittagspause einfach hier und entspanne mich hier und manchmal schlafe ich auch ein bisschen oder mache wirklich eine Meditation, um so die Sachen vom Vormittag einfach nochmal runterzuholen und meine Seele wieder so ein bisschen entspannen zu lassen. Und ja, das ist mit einer der wichtigsten Gründe, warum ich da zu Hause so die Energie auftanke. Manche haben das auch sehr stark in der Natur. Also ich war früher, bin ich auf dem Land aufgewachsen und war sehr viel in der Natur, eigentlich fast nur draußen. Und jetzt hier in der Stadt merke ich, dass ich mich ein bisschen von diesem Draußensein zurückziehe, was natürlich einerseits an der Stadt vielleicht liegt, aber ich merke das auch, dass ich viel mehr so meinen Ort hier zu Hause schaffe, um meine Ruhe zu finden und gar nicht mehr so diesen Drang habe, die ganze Zeit rauszugehen. Die Natur entspannt mich immer noch sehr stark, aber das ist mehr so ein, okay, ich fahre jetzt bewusst zur Wiese oder ich fahre bewusst in den Wald und nicht mehr ein. Ich mache das täglich. Ich habe mich da schon oft gefragt, ob das anders wäre, wenn ich auf dem Land wieder wohnen würde und nicht mehr nur in der Stadt. Ja. Vielleicht hast du da auch Eindrücke oder hast mal auf dem Land gelebt und in der Stadt und kannst sagen, was dir besser gut tut. Ich weiß, dass viele sagen, auf dem Land hat ihnen das besser gut getan, aber ich muss sagen, dass ich mich in der Stadt hier total wohl fühle. Und ja, ich bin einfach mal gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Genau. Ja, und wir haben halt noch so Witze gemacht, dass ich ja auch wochenlang zu Hause bleiben könnte, ohne rauszugehen, ohne jemanden zu sehen und einfach für mich sein kann. Und wir machen da immer so Witze drüber, aber ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich glaube schon, dass ich das so ein paar Wochen einfach auch machen würde und mir das auch gut tun würde. Ich habe zum Beispiel diese Woche absolut keine Termine. Ich habe auch keine Treffen mit jemandem oder auch mit Freunden nicht diesmal. Ich bin einfach zu Hause. Ich bin am Arbeiten. Ich mache meine verschiedenen Sachen. Ich bin gestern noch durch die Stadt gelaufen mit meinem Mann und werde das wahrscheinlich am Wochenende auch ein bisschen alleine machen, dass ich wieder Kopfhörer reinmache, Musik höre einfach oder am Podcast und dann wirklich ganz alleine durch die Stadt gehe. Ich weiß, das sind immer ganz viele Menschen, aber für mich ist das so ein bisschen so, ich schalte dann total ab, wenn ich so in meiner Musik bin oder in meinem Podcast und gönne mir da einfach so eine kleine Auszeit. Und ja, aber ich brauche diese Wochen. Das merke ich richtig. Also ich habe das in den letzten Monaten sind das sogar schon. Ich glaube, im Februar fing das sehr stark an, dass ich gemerkt habe, dass ich so Alleinzeit wieder mehr brauche. Witzigerweise, mein Mann stört mich überhaupt nicht. Also der kann überall da sein, aber ich glaube, das ist noch was anderes, wenn das Familie ist. Ja, das ist noch was anderes irgendwie. Aber so Alleinzeit für mich ist mir sehr, sehr wichtig geworden und das tankt auch unheimlich viel Energie für mich auf. Ich brauche das einfach, um mich manchmal zu erholen. Also ja, das ist, ich kann sogar mit Leuten sprechen, mit denen ich sehr gerne spreche, was ich sowieso fast nur noch versuche, dass ich mit Leuten mich auch treffe, die ich wirklich mag und wo ich weiß, da ist eine Verbindung und wir unterhalten uns sehr gut. Und das tut mir auch sehr, sehr gut. Aber ich merke halt manchmal, dass ich sogar bei diesen engen Freunden dann einfach eine gewisse Pause brauche. Und ich schäme mich da immer so ein bisschen für. Ich habe sogar letztens eine E-Mail von einer bekommen, die auch meine Artikel gelesen hat, bei Wominas und dem Podcast gehört hat. Und die sagte auch, sie schämt sich so ein bisschen dafür, dass sie halt manchmal Auszeit von Freunden braucht. Und ja, ich brauche das auf jeden Fall auch. Und ich finde das ganz wichtig auch, dass ich das mal mit dir teile. Weil ich meine das gar nicht böse, aber ich merke das, dass ich da halt manchmal diesen persönlichen Kontakt gar nicht so viel brauche. Oder auch telefonieren und sowas. Telefonieren tue ich fast gar nicht. Also ich habe da letztens mit meiner Mutter drüber gesprochen, wen ich so anrufe. Und das ist eigentlich nur sie und mein Mann. Und sonst rufe ich überhaupt keinen an. Weil telefonieren einfach nicht meins ist. Ja. Und ja, auf jeden Fall brauche ich sehr viel Zeit für mich alleine. Dann merke ich aber wieder, wenn ich diese Energie wieder aufgeladen habe, dann freue ich mich so richtig immer auf so Treffen und miteinander dann wirklich auch. Ich mag es am liebsten halt im Café zu sitzen und miteinander was zu trinken oder, also meistens Kaffee, oder was zu essen und gemeinsam dann diese Zeit zu genießen und wirklich da auch sich auszutauschen und gucken, wie geht es der anderen Person. Ja, aber ich brauche das reduzierter. Und mir tut das auf jeden Fall gut. Und ich merke das auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich jeden Tag irgendwie einen Termin habe oder ein Treffen oder so, dann ist mir das sehr, sehr schnell zu viel. Und ich brauche meistens das ganze Wochenende, um mich wieder zu erholen und wieder Energie aufzutanken. Deswegen, ja, ich bin sehr gerne alleine. Und ich finde das auch gar nichts Schlimmes. Es ist für mich ein Unterschied, ob du einsam bist oder ob du alleine bist. Und alleine sein, wenn man das bewusst will, finde ich das total schön. Vor allen Dingen, denke ich mal, wenn du auch hochsensibel und introvertiert bist, hast du ja dieses einfach, dass du auch dich alleine sehr gut beschäftigen kannst. Also für mich reicht ein Buch. Im Moment lese ich mich durch ganz viele Blogs und Foren und schöpfe da einfach neue Ideen auch aus. Oder auch nur an meinen Ideen und Projekten zu arbeiten oder überhaupt gut arbeite. Ich arbeite sehr gerne. Das ist einfach, das gibt mir total viel Kraft und das bringt mir so viel Kreativität und auch so ein gutes Gefühl. Aber dafür brauche ich halt meine Zeit. So meine Zeit für mich und meine Zeit alleine. Ja. Und wenn du möchtest, schreib mir gerne in die Kommentare rein. Dieser Vlog erscheint erst, wenn ich 15 Folgen voll habe. Deswegen kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, dass es passiert. Aber ich denke mal, ich werde es auf jeden Fall teilen. Ich gucke auch die ganze Zeit nicht in die Kamera. Du siehst, ich bin noch nicht geübt. Und ja, ich bin mal gespannt, wo dieser Vlog so hinführt, weil ich schon öfters auch mit einer Freundin drüber gesprochen habe, die sagte, ja, geh damit raus, zeig mal Köln, wo du lebst und was du machst. Ich finde mein Leben gar nicht so spannend dafür, aber vielleicht hast du ja trotzdem Lust darauf. Dann kannst du mir das auf jeden Fall hier unter den Vlog mal schreiben und mir mal sagen, was dich so interessieren würde, was ich so mache, wer ich so bin, was ich so tue. Ja, genau. Dann schauen wir mal. Und ich werde jetzt mich wieder an meinen Schreibtisch setzen, denn das sind jetzt schon acht Minuten. Guck mal, der Vlog ist heute schon länger gegangen als gestern. Mal gucken. Genau, ich mache mir noch einen Kaffee. Ich setze mich hin und an meinen Schreibtisch und ich werde jetzt ein bisschen arbeiten und nachher habe ich meinen Putztag. Mittwochs ist immer mein Putztag. Also ich habe eher so drei Putztage, aber Mittwochs ist auf jeden Fall ein Tag davon und dann werde ich die Wohnung aufräumen, ein bisschen was kochen und dann wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten und dann wieder mit meinem Mann rausgehen. Mein Tag ist relativ gleich. Das wirst du irgendwie merken nach ein paar Folgen. Mein Tag ist immer fast gleich. Aber ich mag das. Ich mag einfach Alltag. Ja, genau. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und ich hoffe, dass ich diesen Vlog veröffentliche und du mit mir daran teilhaben kannst, was so durch meinen Kopf geht und welche Gedanken durch mich durchspüren. Ja, mach's gut.